Christina Olsson, Die Frau im Eishaus, ein Schweden-Krimi mit Orges Strindberge, aus dem Schwedischen von Susanne Darmann, gelesen von Uwe Teschner. Produktion, der Audio Verlag. Der Sommer begann damit, dass die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Im ganzen Land sprach man über die Mittelmeerhitze und die erreichte sogar die Westküste. Das Dasein auf Uwe Nesset ging von harmonisch zu paradiesisch über. Die Eisbude war offen und am Badeplatz bei Rezo öffnete die Schwimmschule. Gleichzeitig begannen die jährlich von der Segelgemeinschaft Uwe Nesset organisierten Segelkurse und als endlich auch alle Sommergäste vor Ort waren, gab es ein Singalong im Oesterparken. Mit anderen Worten, die Stimmung auf der Halbinsel war in diesem Sommer sehr gut, als der Nebel angekrochen kam. Zunächst schüttelte man einfach nur den Kopf. Das Wetter war schließlich strahlend schön, was konnte schon ein bisschen Dunst daran ändern. Doch dann schloss sich ein dicker Nebel erster Güte, wie er sonst nur Märchen vorkam, um den kleinen Ort, und da wurde man doch ein wenig nachdenklich. Und so blieb es. An manchen Tagen strahlte die Sonne von einem klaren blauen Himmel, und dann wieder hing der Nebel so dicht, dass man kaum die Hand vor Augen sah. Das war sehr ungewöhnlich, darüber waren sich alle einig, so viel Nebel in so kurzer Zeit. Mit einem Mal wurde der Sommer zu etwas, was kam und ging. Manchmal war er da, dann wieder nicht. Als würde die Jahreszeit manchmal einatmen, um die Sonne scheinen zu lassen, und dann wieder ausatmen, um dem Nebel Platz zu machen. In dieser seltsamen Zeit stieg auch das Vergangene wieder an die Oberfläche. Jemand hatte die Gelegenheit erkannt, ein jahrzehntealtes Geheimnis zu lüften, und damit war das Drama vorprogrammiert. 20. Juli. Ein dunkler, schwerer Schatten. Als er am Tierpark Nurdens Ark vorbei war, verdichtete sich der Nebel. Laut Navi hatte er da noch ungefähr 13 Kilometer bis Hovenesset, was mit 14 Minuten Fahrzeit berechnet wurde. Wilhelm seufzte. Das Navi hatte keine Ahnung von Nebel, so viel stand fest. Er kroch im Schneckentempo über die Landstraße, und selbst das fühlte sich schon zu schnell an. Diese Fahrt hier dauerte einfach so lange, wie sie dauerte. Da er es bis hierher geschafft hatte, wäre es völlig bekloppt, alles zu ruinieren, indem er von der Straße abkam. Wilhelm hielt das Lenkrad fester als sonst und ertappte sich dabei, wie er sich beim Fahren vorbeugte, als ob er dann besser sehen könnte. Er lachte in sich hinein. Nun benahm er sich wirklich wie sein alter Großvater, der mindestens zehn Jahre lang zu stur darauf beharrt hatte, noch weiter Auto zu fahren. Er wischte sich über die Stirn. Irgendetwas stimmte mit der Heizung nicht. Man konnte sie nicht abschalten, deshalb war es die ganze Zeit zu warm im Auto. Jetzt, da er so langsam fuhr, hatte er die Fenster sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite ein paar Zentimeter geöffnet. Doch auf der Schnellstraße war das viel zu laut gewesen, und da hatte er sie geschlossen halten müssen. Verdammte Scheiß, Karl! Er hätte sich einen anderen Wagen ausleihen sollen. Mit diesem Schrotthaufen konnte man keinen Start machen. Wilhelm fluchte leise vor sich hin. Der Nebel schuf eine so märchenhafte Stimmung, dass er eine Gänsehaut bekam. Ein Straßenschild informierte ihn darüber, dass er sich nun Oskem näherte. Gleichzeitig sagte das Navi, dass er bald links abbiegen und dann den hollenden Wagen runterfahren sollte. Von der umliegenden Landschaft konnte er fast nichts erkennen. Der Nebel war zu dicht. Auf der rechten Seite konnte er Felder erahnen, und ab und zu kam er linke Hand an etwas vorbei, das wie Wasser aussah. Er fuhr nicht zum ersten Mal nach Hovenesset und wusste sehr wohl, wie schön die Strecke auf den letzten Kilometern war, denn er hatte die Natur im Herbst, Winter, Frühjahr und jetzt im Sommer ihre Farben wechseln sehen. Ein ganzes Jahr hatte er in das Projekt investiert, und jetzt endlich war das Ende der Reise in Sicht. Was war das für ein Jahr gewesen? Was für eine Schufterei! Aber das war es unbedingt wert. Wilhelm umklammerte das Steuerrad noch fester. Das hier würde eine große Sache werden. Richtig groß. Ein Blick aufs Navi. Gleich war er da, wenn auch etwas später als vereinbart. Er hatte Schmetterlinge im Bauch. Jetzt war er kurz vor dem Ziel, das spürte er am ganzen Leib. Der Nebel schloss sich dicht um das Auto. Es war kurz vor drei Uhr nachmittags, doch das viele Weiß löste die Grenze zwischen Tag und Nacht, zwischen Sommer und Winter auf. Die Wirklichkeit endete fünf Meter vorm Auto. Alles danach war nur weißer Rauch. Das Auto rollte am Ortsschild von Hovenesset vorbei. Wilhelm blinkte links und bog in den Lairdalls wegen ein, eine Nebenstraße über die Halbinsel. Langsam glitt der Wagen durch den Ort. Die weißen Häuser wirkten im Nebel geradezu gespenstisch. Ein in Milch getauchtes Sommerparadies. Bald würde er da sein. Bald würde er der Wahrheit, die so lange unentdeckt bleiben konnte, einen weiteren Schritt näher kommen. Dieses Hörbuch gibt es jetzt kostenlos im Probeabo. Schaut in die Infobox, dort findet ihr Links und weitere Hinweise. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.